guten und willkommen schön dass ihr wieder mit dabei sein bei einer weiteren folge prinz hier gehen wir gleich mal weiter um gucken hier muss auch noch mal irgendwie hoch aber erst mal hier lang es fängt schon wieder an ziehen nicht springen was haben wir schönes post oder was und abgrund und helfen es ist ja das das verbindet hier alles die wach wachs in den bäumen nein wenn ich jetzt hier rüber gehen oder hier hallo sagen das wanderers ich ergänze die information die ich über dieses gebiet habe ok tun wir stiller enthüller einen teil der weltkarte fortsetzen bis da hoch noch so viel ja hey 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 wo steht eine nach ist nicht noch hoch kommen von hier von der seite wahrscheinlich ich habe mhm der bingel ist weg ich wollte eigentlich so schön barrieren auch wieder nix gewesen was hier ich gehe mal außen rum was soll es geht nicht muss erst einen weg freimachen hier sieht man schon wieder als er besorgt Ja, das ist schon ein Schlimmer. auch hat das verlust ist so was ich habe es lust die andere seite man kennt es ja wo gehe ich jetzt ein bisschen lang naja gut hoch und hier links hoch oder rechts so hier ist eine kamme links hoch erst mal links was war das eben wo bist du noch mal die drei ganze normal und jetzt kommt okay die drei kong ist auch genannte drei glocken so was ist denn hier los naja ok um streikung wahrscheinlich als töne lassen oder wie was ist jetzt musste schnell reise wo ist da hin Ja. Das ist wahr. Okay, gangen. einmal das muss unten durch okay einmal gegangen die pögerliche und der könig okay der box zu lösen okay irgendeine Schildreise machen jetzt muss ich hier hoch boah mach mal so boah man das oh toll ja Hab ich's? War zwar alles nicht so gewollt, aber... Gut. Gute gut. Oh nein. Kriegen wir. Boah, doppel Schneeball. Okay. Pause. Oh man. Warum? Glück. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wow. Oh nein. 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 Ja, in die Richtung geht es aber nicht die andere. Kohle hat die Wand gesehen. Aber echt. 203 oder wie? Okay. 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Und der Gang. Die Lücke gefunden war zwar nicht so beherrscht. Aber... Wieso passiert? Moment, ich muss mal husten. Ich bin immer noch nicht fit. Oh. So. Wie hat es hier denn gekommen? Hä? Hä? Das ist auch kein Gang, oder? Hä? Was? 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 Naja. Das ist ein Hitlergerät. Naja. Beide ich da! Boar. Oh, Mann. Dann wir ein bisschen mit dem Trudel. Oh, okay, weiter. Oh, normal. noch mehr das hat sich gelohnt dann musst du mal hier entlang, das hilft wohl alles nix und jetzt genau das wollte ich jetzt kann ich hier wiederholen oh so much ok nur eine kleine nüche nein nein dschuldigung leute das schiebe immer rein musste aber es ist muss hier unten wo muss man zum markt baum obwohl oder auch nicht so okay so und so du sprangst hier gut ja Guck mal, da wurde jetzt reingeselt. Und kaputt war? Ah, warte, 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 warte. Waaast? Guck mal. Was? Waaah. Bye. Bye. Waroom. Waaaw. Waaah. 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 Man. Waa. Gado, gado. Nur für eine Münze, ne? Okay Leute, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Danke für das Zuschauen. Teilen, Like, abonnieren, aber ich wusste mit da und ein ab. Ich muss hier mal unterbrechen. Also. Cheerio. Bis zum nächsten Mal.